Ja, hallo zusammen, wir sind zurück bei Inquisition. Wir haben ja letztes Mal die Karte gut erkundet, aber hier, wenn man sieht, was hier für Aktionen noch drauf hat, jede Menge Pfeilchen und so weiter und so fort. Viele Risse, viel Spaß, wir haben noch jede Menge zu tun. Also, wir laufen mal los. Hm, Kräuter? Nein. Auch. War noch einer, ne? Ja. Blutstein. Oh mein Gott, Blutstein. Was wollt ihr hier? Ey, hier ist unser Lager, haut mal ab, ey, was ist... Ich glaube, es hackt. Also, Freunde. Die Wachen da vorne sind wir auch irgendwie für einen Eimer, ne? Ach, ne, äh, sind die schon weggemetzelt? Hm. Ah, wir können nichts mitnehmen, ne? So war das doch. Müssen wir mal gucken. Ähm, haben wir irgendetwas, wo man irgendetwas verkaufen kann? Noch irgendwo so eine City? Äh, wieso war ich da nicht? Wir werden es da rausfinden. So richtig checken tue ich es jetzt nicht. Zu dem Lager wollten wir eigentlich hin, da oben, ne? Also hier. Und ich habe es nicht gefunden. Hm. Egal, gut, wir gehen weiter. Man kann hier nichts verkaufen. Gar nichts. Mann, ich musste den Kram loswerden. Gut, wir laufen mal weiter. Oh, hier geht es auch noch durch. Bin ich jetzt gar nicht durchgelaufen. Das machen wir einfach mal. Wo würde es denn da hingehen? Aha, da lang, wo wir auch lang wollen. Gut. Ach, ihr Wolfis, ey. So, Wolfis kaputt. Fertig. Ja, ein Riss. Okay, wir können es probieren. Können wir erst das Rudel Wölfe hier kaputt machen. Oder hier nochmal weiterschauen. Ah, Holzschlag. Alles klar. Karte. Kann man das erkennen hier auf der Karte, dass es ein Holzschlag ist? Aha, okay. Wusste ich gar nicht. Weil wir brauchen ja noch ein paar, ne? Irgendwie für so eine Erweiterung, meine ich. Ne, muss überhaupt nicht. Wir können auch einfach weitergehen. Sehr Wulfi. Ne, ein böser, hässlicher. War es das? Okay. Also hier geht ein Weg lang. Oh. Jede Menge einzusammeln. Ich alleine sehe, was sich da unten auf der Minimap da alles ansammelt. Das wird noch lustig. Hm, 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 hm. Shit, wie groß ist der Laden hier? Das ist doch unglaublich. Okay, was haben wir da hinten? Hafen, oder was? Cool. Oh, okay. Da hinten ist auch noch eine Höhle, oder was? Ja, am anderen Ufer. Ich laufe mal hier weiter an dem Ufer, weil es soll wohl irgendwie hier dann der Holzschlag sein. Ja, mal kurz umdrehen, weil hier geht's nämlich nicht weiter. Man, die Maps sind echt groß. Also, wer sich hier irgendwie beschwert, dass er für sein Geld zu wenig bekommt, ah, der Holzschlag ist hier. Schön blind gewesen. Und die Wolfis halten Wache. Okay. Ah, da kommen die anderen. Okay, so. Was sagt er noch? Noch ein Holzschlag? Steinbruch. Okay. Ja, ich hatte in der, über diese Inquisitionsboni, hatte ich das freigeschaltet. Das war unter dem Geheimnisse-Ding, da war irgendwie sowas wie Kundschafter oder sowas, hieß das. Und das zeigte das an. Und seitdem wird das wohl in der Map angezeigt. Das ist natürlich für uns super. Ah, tötet sie alles, klar. Genau. Untertitelung des ZDF, 2020 Ist echt gut, dass das jetzt angezeigt wird Weil die Dinge, da hatte ich überhaupt keine Ahnung, wie man die findet Und das ist natürlich jetzt cool Hups, einmal rumlaufen vielleicht Jo Bam, cool Steinbruch gefunden Was sagt denn die Map noch Interessantes? Also auf der anderen Seite war dieser Hafen Wir können jetzt aber hier einfach nochmal weiterlaufen Die Richtung Mal gucken, wie weit es hier geht Ja, letztendlich geht es hier gar nicht mehr weiter Das ist auch okay so Auf jeden Fall ist auf der anderen Seite jede Menge los Da müssen wir dann irgendwie mal rüberkommen Gibt man nicht, dass man hier einfach so lustig durchlaufen kann Ich gucke mal kurz auf die Map Gut, das ist eigentlich hier fast vollständig Ich kann hier ein bisschen weiterlaufen Aber, da wir sowieso nachher hier nochmal hinkommen Mit allem möglichen Was ist das hier? Nochmal die Briefe finden Ja genau Ich würde jetzt erstmal hier auf die andere Seite wollen Und das geht ja dann scheinbar hier irgendwo Hm Nur wo? Kann man hier einfach so rüberlaufen? Ja So weit, so gut Mal gucken, wie weit man kommt Nicht so weit Hm Oder man muss sich anstrengen Komm jetzt Ich liebe alles Hm Nö Die wollen hier irgendwie auch nicht lang Deswegen Gehen wir einfach wieder zurück Vielleicht kann man einfach durchs Wasser laufen Ich weiß es nicht Aber wir werden es jetzt erstmal hier nicht probieren So tief sieht es jetzt hier nicht aus, ne? Da vorne ein paar Steine im Wasser Müsste doch gehen, oder? Ich probiere es mal Ja Hm So viel zur Theorie Ach Leute Ist doch jetzt hier kein Ding da hochzukrabbeln Ja So, geschafft Jetzt hier genauso weit noch weiterlaufen kann Dann werde ich bald Ja Wie soll ich sagen Wie soll ich mit meiner Freizeit noch alles machen? Boah, Riesen-Map Ich werde wahnsinnig, ey Schöne Bäumchen Auf der anderen Seite Schön friedlich hier auch Mal gucken, wann sich das ändert Da hinten sieht es schon wieder ein bisschen Bebauter aus Ja So, jetzt gucken wir auf die Map Ob wir vielleicht irgendwie Gut im Kreis gelaufen sind Nein, sind wir nicht Man, die wollen uns echt fertig machen Die kleinste Map der Welt Wow Da sind so Hirschstatuen Oder was immer das sein mögen Ah, da hinten sind auch noch so Boote Ich hasse mich Okay Okay, so Hier endet der Map Das finde ich auch schön Das freut mich Das heißt, wir können hier vorne Irgendwie mal abbiegen Und uns mal um die Sachen kümmern Die da kommen mögen Wer kommt denn da? Schon wieder so ein Wolfsrudel Okay, komm Okay Sehenswürdigkeit Komm Jetzt sind die Wolfis hier Okay Okay, da wohnt schon jemand Mann, 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 Mann Okay, einmal durchlaufen Und gucken, was ist Oh 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 Bauer, ich kann gar nichts mehr mitnehmen. Das ist echter Mist. Okay. Zerstören. Warum denn? Jägerrüstung. 107 hört sich nicht so schlecht an, ne? Ich kann das doch alles nicht mehr mitnehmen, ja? Zumindest meine Geister-Essenz oder was weiß ich kann ich noch mitnehmen. Okay, ähm, puh, das ist jetzt echt blöd. Ich würde hier gerne irgendwie mal Zeug loswerden. Ich kann auch was Schönes mitnehmen, nein. Ah, nee, das nervt mich jetzt. Mal gucken. Okay, so, Rüstung. Ich habe gar nicht so viel mit, ne? Warum kann hier eigentlich nie jemand tragen? Das will ich mal kurz eben angucken. Das kann eigentlich nicht sein. Rüstung. Die trägt da. Okay, so. Was ist mit Sarah? Sarah trägt 116. Okay. Das ist eigentlich mal wurscht, ne? Haben wir doppelt. Sind alle gar nicht so gut, ne? Die ist eigentlich ganz gut. Aber, äh, die hier, die gibt es ja auch öfters. So. Okay, raus hier. Na gut. Was gibt es hier? Mitnehmen. Okay. So. Ist jetzt hier noch gepinkt. Da ist eine Höhle. Können wir reingehen. Grabschlüssel. Okay. Haben wir nicht. Das ist eigentlich nicht so nett, hier alle Gräber kaputt haben, aber, nun ja. Schlüsselbad, okay. Ich weiß nicht, ob das schon reicht. Kannst du ja nochmal probieren. Gold, okay. Ich bin jetzt hier echt überall hingegangen. Habt ihr aufgebrochen, oder waren das noch nicht alle? Ah, das waren noch nicht alle. Inventar voll. Ich werde hier echt zum Mönch. Was ist da? Dann ist alles angemalt. Und ja, okay, so. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt hier noch alle aufknacken soll. Das ist alles aufgemacht. Okay, gehen wir wieder raus. So, jede Menge Wolfis. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier noch hin können. Ich meine, hier wäre jetzt nicht so schlecht, ne? Das heißt, es geht dann schon hier rum. Oh, es geht sogar hier richtig rum. Na gut. Und... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020